Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 11. November bis zum 17. November 2024. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir, dass es euch richtig gut geht. Solltest du jetzt hier bei mir ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Okay, so wie immer stelle ich euch erst einmal so wie immer die Kartendecks vor, die ich heute verwende. Vor dir siehst du, damit mache ich auch den Anfang, das Magic Soul Tarot von Julia Aurelia. So, dann im Anschluss verwende ich das Heavenly Buddies Astrology Deck von Lily Asheville. Auch mit dabei sind die Lichtportale Aktivierungskarten von Kyle Gray. Ich habe jetzt hier die englische Variante, aber die gibt es auch auf Deutsch. Dann verwende ich das Wisdom of Avalon Orakel Kartendeck von Kyle Barron Reed. Und zum Schluss verwende ich das Zauber der Melkfrauen und Delfine Orakel von Doreen Virtue. Okay, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit der Wochenbotschaft für die kommende Woche. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich hoffe, du auch. Und so wie immer sage ich jetzt auch an dieser Stelle, denkt bitte daran, das hier ist natürlich eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Solltest du also Ende der nächsten Woche merken, okay, das war überhaupt nicht stimmig, es ist überhaupt nichts eingetroffen. Dann lass bitte los und mach das Ganze nicht noch irgendwie passend, okay? So, jetzt würde ich sagen, starten wir, ihr Lieben, mit der Wochenbotschaft für die kommende Woche. Also, der 11.11. bis 17.11. nächste Woche. Okay, was bringt also die kommende Woche dem Kollektiv? Welche Energien sind aktiv? Was sind die wichtigen Hinweise, was sind die Botschaften? Was bringt also die kommende Woche vom 11. bis 17. November? Was bringt also die kommende Woche? Sie müssen bitte rausfallen, die Karten. Der 11.11. bis 17.11. nächste Woche. Uhu, okay, es geht schon mal richtig gut los, das kann ich euch schon mal sagen. Bitte weitere Botschaften, weitere Energien für die kommende Woche. Ne, so rum, so ist sie, okay. Okay, so der 11.11. bis 17.11. nächste Woche. Bitte weitere Energien und Botschaften für die nächste Woche. Okay. So, noch zwei Karten bitte. Und noch eine. Noch eine Karte hätte ich jetzt sehr gerne. Okay, der 11. bis 17. Der 11.11. alles klar. So, ihr Lieben, wir haben es. Jetzt würde ich sagen, das Ganze lege ich euch erstmal wie immer ordentlich in die Kamera und dann legen wir auch los. Ja, noch ein bisschen nach links und dann haben wir es. Okay, ich denke, das ist erstmal ganz okay so. Ihr Lieben, ich beginne und zwar mit der Energie. Jetzt hier unten drunter. Und diese Karte ist auf jeden Fall für die kommende Woche von größerer Bedeutung. Es kann sein, dass es schon eine Grundenergie ist. Es kann auch bedeuten, dass es ein verborgener Einfluss ist. Auf jeden Fall enthält diese Karte für die kommende Woche auf jeden Fall wichtige Hinweise für euch, für uns sozusagen. Und wir starten mit der unterliegenden Energie. Da haben wir für die kommende Woche den Magier. Okay, der Magier sagt, dass du auf jeden Fall natürlich gewisses Potenzial hast, um etwas zu manifestieren, um etwas zu erschaffen. Die Frage ist natürlich, was machst du daraus? Ja, bei dem Magier geht es wirklich darum, mit etwas loszulegen. Wirklich auf Deutsch gesagt, in die Gänge zu kommen. Etwas zu beginnen, loszulegen, um etwas zu erreichen, um etwas zu erschaffen, zu manifestieren. Das ist das, was der Magier sagt. Das kann jetzt wirklich bedeuten, dass du nächste Woche anfängst, dass du mehrere Impulse bekommst, dass du von etwas fasziniert bist, dass dich etwas begeistert und du sozusagen etwas daraus machst. Ja, aus deiner Begeisterungsfähigkeit, aus deiner, ja, aus diesem, ja, sich inspiriert fühlen und ebenfalls auch etwas tust aus deinen Fähigkeiten, die du hast. Weil der Magier steht ebenfalls auch für gewisse Fähigkeiten und Talente. Ja, also da habe ich das Gefühl, dass es auch darum geht, diese Mär der Welt mit der Welt zu offenbaren, mit der Welt zu teilen sozusagen. Und ja, ebenfalls geht es hier darum, wirklich etwas zu erschaffen. Und bei dem Magier ist es natürlich auch so, der möchte meistern. Weil wir haben hier die Zahl 1, ja, das heißt, er möchte noch meistern. Die Zahl 11 hingegen, das wäre dann die Meisterschaft. Das ist eine Meisterzahl, ja. Ja, das heißt, der Magier möchte meistern. Die Frage ist natürlich, was darfst du jetzt meistern in der nächsten Woche? Oder jetzt momentan auch generell. Okay, lass mal schauen, was haben wir drunter? Der Na. Ach, guck mal, der Na, der Magier. Ich bin mal gespannt, was dann hier alles rausgefallen ist. Die 9. Schwerter. Okay, also der Na ist ebenfalls auch eine Energie von einem Neubeginn. Es geht darum, einen Glaubenssprung zu wagen. Es geht in irgendeiner Art und Weise auch schon irgendwo darum, auch mal ein Risiko einzugehen. Ja, sich mehr zuzutrauen und etwas zu machen aus dem, was einem gegeben wurde. Schöpferkraft, gewisse Talente und so weiter, Begeisterungsfähigkeit für etwas. Ja, da geht es wirklich für einige von euch darum, nächste Woche etwas daraus zu machen. Auch wenn man jetzt ja auch gewisse Sorgen hat oder schlaflose Nächte. Ja, auch wenn du dir vielleicht Sorgen machst, geht es ja trotzdem darum, mutig zu sein und zu springen, etwas Neues zu beginnen. Ja, für mich, ihr Lieben, sieht das beinahe wirklich so aus, als würde etwas zu Ende gehen oder etwas ist zu Ende gegangen. Und nun beginnt hier wirklich etwas Neues. Ja, das kann jetzt einfach wirklich für dich bedeuten, dass du etwas Neues beginnst, nachdem du etwas losgelassen hast. Nachdem du vielleicht auch etwas sein gelassen hast. Ja, einige von euch, ihr macht euch, okay, was ich hier ganz klar sehe, einige von euch, ihr macht euch hier Sorgen darüber. Wenn ich jetzt wirklich das tue, was ich, wofür ich mich begeistere, wofür ich brenne, werde ich dann auch finanziell unterstützt werden? Oder bleibe ich weiterhin im Mangel? Werde ich die Unterstützung bekommen, die ich wirklich brauche vom Universum oder von was auch immer? Ja, also das ist, was ich hier wirklich sehe, dass einige von euch eventuell sogar auch noch gewisse Existenzängste haben könnten. Ja, Angst, ja, oder so dieser Bammel davor, auch wirklich finanziell unterstützt zu werden. Kann man wirklich davon leben? Kann man wirklich, reicht es wirklich, um Schulden zu bezahlen oder um Rechnungen zu bezahlen, um Miete zu bezahlen? Ja, das ist so dieses, was ich hier ebenfalls sehe, weil die fünf Münzen, das ist der klassische Mangel, das sind schwierige Zeiten. Ja, also hier habe ich das Gefühl, ja, guck mal, hier ist auch noch der Teufel. Also hier kann es durchaus etwas geben oder gegeben haben, was sich in irgendeiner Art und Weise bindet, wo du nicht wirklich frei bist, wo du vielleicht auch dir darüber wirklich Sorgen machst, vielleicht sogar auch schlaflose Nächte hast. Hier, die beiden Karten sagen dir, probiere etwas Neues aus, wage einen Neustart, beginne etwas Neues einfach, ja. Das ist hier auf jeden Fall schon sichtbar. So, ihr Lieben, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was rausgefallen ist. Ich beginne mit Karte Nummer 1 für die kommende Woche, da haben wir, ach ja stimmt, die hatte ich gesehen, das Aster Münzen, ja. Da habe ich sogar noch zu dir gesagt, ja, es geht auf jeden Fall sehr gut los. Das Aster Münzen, hier kommt eine goldene Gelegenheit auf dich zu. Also, das kann man nicht anders sagen. Das Aster Münzen ist eine Art Chance ohne irgendwelches Risiko. Auch hier geht es um den Beginn von etwas, ja. Und wir haben hier zwei weitere Neubeginnsenergie mit dem Narren und dem Magier, ja. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass etwas Neues für dich nächste Woche losgeht. Zum Beispiel ein neuer Job, neue Gewohnheiten, neue Denkweisen von mir aus auch, ja. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie es sich entwickelt. Das Aster Münzen, ja, da kann man jetzt natürlich davon ausgehen, dass ein neuer Job beginnt, dass du eine neue Möglichkeit hast oder bekommst, um vielleicht Geld zu verdienen, um zur Fülle zu kommen, ja. Also hier kommt eine Chance auf euch zu, auf dich zu, die Glück, Erfolg, Sicherheit und Stabilität verspricht, ja. Und zudem ist es für mich persönlich auch eine der größten Glückskarten im ganzen Deck. Also das sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut aus, ihr Lieben, ja. Also was auch immer das jetzt hier ist mit den neunter Schwertern, fünfter Münzen und dem Teufel, ich habe den Eindruck, diese Energien verschwinden immer mehr und mehr. Weil ich auch denke, dass es darum geht, sich auf das nun auch zu besinnen, auf dein Neubeginn, ja. Und sich nicht zu sehr auf das besinnen, was dir hier wirklich Sorgen bereitet, ja. Ja, es kann natürlich auch bedeuten, dass das Neue dir wirklich auch Angst oder Sorgen bereitet. Das ist natürlich irgendwo normal. Und ich sage mal, das ist auch irgendwo menschlich. Das Neue kann einem manchmal schon Angst einjagen, ja. Und ich bekomme hier ebenfalls auch gerade rein, für einige von euch kann es sein, okay, ich fühle mich da irgendwie fremd damit, also mache ich das Ganze nicht. Bist du sicher, dass das Ganze dann wirklich nicht für dich bestimmt ist? Oder ist es einfach nur ungewohnt? Das ist ein Unterschied, ja. Okay, für wen auch immer das jetzt bestimmt war. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das Reading entwickelt. Also wir haben hier schon mal einen Beginn von etwas, eine Chance würde hier geboten. Und ebenfalls auch Glück. So, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Der Wagen. Ach, guck mal. Den Wagen hatten wir, glaube ich, letzte Woche unter dem Kartenrand. Der Wagen ist eine Energie von, ja, es geht um Geschwindigkeit, es geht um Kontrolle und Disziplin. Aber vor allem auch um Selbstdisziplin. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass du in etwas diszipliniert bist oder diszipliniert sein darfst, ja. Und vielleicht auch sogar in irgendeiner Art und Weise dich auch ein Stück weit selbst kontrollieren darfst, damit er etwas nicht ausartet, okay. Das muss jetzt nicht mal unbedingt was Schlimmes sein, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht für einige von euch schon darum, auf der Strecke zu bleiben. Auf dem Weg zu bleiben und sich nicht noch links und rechts von irgendwelchen Blumen ablenken zu lassen, zum Beispiel, ja. Oder von irgendwelchen Schildern, ja. Also es geht hier wirklich darum, auf der Strecke zu bleiben, weil man dafür diesen Wagen bzw. die Pferde kontrollieren, damit sie nicht machen, was sie wollen. Damit sie in eine Richtung gehen, ja. Ja, das ist hier auf jeden Fall gegeben. Es geht also um Selbstkontrolle, es geht um Disziplin, auch irgendwo natürlich auch darum, durchzuhalten. Auch der Wagen ist eine Energie, die Erfolg verspricht, ja. Und es ist eine Energie, ja, von Verreisen, von Bewegung. Also es kann durchaus auch sein, dass hier etwas durchaus in Bewegung kommt oder du jetzt mehr in Bewegung kommst, dass du jetzt aktiver wirst zum Beispiel, dass du zum Beispiel jetzt auch mal Sport treibst, auch das kann es bedeuten. Aber hier sehen wir durchaus auch Aktion, ja. Was mit dem Thema Fülle zu tun haben kann oder das Berufliche auch, ja. Okay, was sehen wir hier in der Mitte? Die zweite Schwerter. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, einige von euch, ihr dürft euch hier für eine Richtung nun entscheiden. Ja, also auch die zweite Schwerter ist ein Hinweis auf, naja, auf die Unfähigkeit einer Entscheidung zu treffen. Es ist aber auch eine Karte, wo man dazu neigt, zu sehr im Kopf zu sein, ne, und nicht zu sehr auf die eigene Intuition zu hören. Also hier kann es wirklich bedeuten, ich bekomme, okay, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, bei vielen von euch, oder bei einigen von euch, da ist zu viel Lärm im Kopf, da ist zu viele Geräusche im Kopf, zu viel Lärm, zu viel, ja. Ja, einige von euch, ihr könntet so ein bisschen das Gefühl haben im Kopf, okay, mein Kopf fühlt sich wie gedröhnt, das ist wie so dumpf, so ein dumpfes Gefühl, ja. Und da habe ich das Gefühl, okay, für einige von euch wird es vielleicht auch mal wichtig werden, vermehrt auch in die Stille zu gehen, um ruhiger zu werden, damit man hier wirklich das Richtige tun kann, damit man hier wirklich eine intuitive Entscheidung treffen kann. Weil, die zweite Schwerte ist ein Hinweis darauf, dass man verwirrt ist, dass man zu sehr im Kopf ist, dass man im Zwiespalt ist und dass man ebenfalls durchaus auch zweifeln könnte. Also es kann auch durchaus sein, dass du hier an etwas zweifelst, an einer Entscheidung, die du treffen möchtest oder die du bereits getroffen hast. Dass du an den Weg zweifelst, den du einschlagen möchtest oder eingeschlagen hast bereits. Okay, das ist eine Energie, wo man sich natürlich auch Gedanken macht und der Magier unter dem Kartenrand. ist Merkur-Energie und somit auch Zwillinge-Energie, auch Jungfrau. Aber was ich damit sagen möchte, es geht ja auch um die Gedanken, ja. Und mit den Gedanken, da fängt alles an. Was hast denn du so für Gedanken nächste Woche? Ja, oder jetzt momentan auch? Weil Gedanken sind ebenfalls auch schöpferisch, ja. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass du dir oder dass einige von euch sich momentan oder noch nächste Woche viele Gedanken machen. Das sieht man auch natürlich mit den Neunter-Schwertern, okay. Aber wir gucken jetzt mal weiter. Ich muss dazu sagen, wir haben schon sehr, sehr schöne Energien hier mit dem Ass, der Münzen und auch mit dem Wagen. Wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Also, ganz ehrlich, worüber du dir auch immer Sorgen machst, es gibt keinen Grund. Es gibt überhaupt keinen Grund. Du hast eins, zwei Karten, die auf Glück hindeuten, ja. Ja, also hier sehen wir sehr viel Glück. Wir sehen hier, dass dir etwas gut ausgeht und dass deine Zweifel, dass deine Sorgen auf jeden Fall durchaus unbegründet sind. Vielleicht sind sie auch begründet, aber sie sind auf jeden Fall eines und zwar sinnlos, okay. Also, hier sehen wir auf jeden Fall Erfolg. Wir sehen, was ich spannend finde. Der Mann hier, der auf der Sonne abgebildet ist, auf der Karte, schaut in diese Richtung, genauso wie auch die Frau schaut in diese Richtung. Und auch der Kopf hier auf der Münze schaut nach rechts, ja. Also, es geht hier wirklich in eine bestimmte Richtung. Auch wenn du zwischendurch Zweifel hast, auch wenn du dir zwischendurch Gedanken machst, oh, ist das jetzt wirklich das Richtige? Soll ich das jetzt wirklich tun? Ja, hier wird gesagt, nun ja, ich denke mal ja, weil du hast erfolgsversprechende, richtig schöne Energien, ja. Auch die Sonne steht sozusagen für das Ja im Terror oder auch im Lallemer, ja. Die Sonne sowohl im Lallemer als auch im Terror symbolisieren das Ja in den Karten. Also, hier wird gesagt, ja, du darfst ja etwas tun, ja, du darfst ja in diese Richtung gehen, du darfst ja etwas umsetzen. Für mich ist auch die Sonne oftmals eine Energie von einem Neubeginn, von einem Neustart, ja. Also, hier legt man mit etwas Neuem los. Ja, man hat noch gewisse Ängste, vielleicht gewisse Zweifel sozusagen, aber trotzdem sehe ich hier eine sehr starke Beginns-, Neubeginns-Energie. Also, einige von euch, ihr beginnt hier durchaus mit etwas Neuem. Was haben wir hier? Ich höre gerade, okay, warte mal eben ganz kurz, ich höre gerade mein Katerchen, ich muss mir eben ganz kurz die Tür öffnen. Na, komm rein. So, okay, ich habe jetzt mal eben ganz kurz die Tür zugemacht. Er sitzt hier gerade mit im Raum, ich entschuldige mich für die ganz kurze Unterbrechung, aber, nun ja, wie das halt manchmal so ist. Okay, wir haben jetzt hier, ihr Lieben, als nächstes die fünfte Kelche. Okay, die fünfte Kelche ist ein Hinweis auf Traurigkeit, auf eine depressive Stimmung. Es ist ein Hinweis auf gewisse Verluste und es geht auch um ein gewisses Bedauern. Also, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, zum einen kann es durchaus sein, dass jetzt einige von euch über einen bestimmten Verlust hinweg kommen. Weil das sehe ich hier ganz einfach mit der Sonne und auch mit der Erfolgsenergie des Wagens, ja. Also, einige von euch, ihr seid dabei, über etwas, über jemanden vielleicht auch hinweg zu kommen. Weil wir haben hier mit der Sonne auch sehr viel positive Energie und auch Energie ganz allgemein, ja. Also, was ich hier durchaus sehe, im Großen und Ganzen, sind hier wirklich Zweifel, ist das wirklich das Richtige, habe ich das Richtige getan, tue ich das Richtige, wenn ich dieses oder jenes mache. Ich denke mal, du wirst auf jeden Fall schon in eine bestimmte Richtung geführt, da darfst du auf jeden Fall natürlich auch dir selbst vertrauen, ja. Das ist hier auf jeden Fall gesagt. Ja, wir sehen hier gewisse Zweifel, vielleicht auch nochmal gewisse Stimmungsschwankungen, weil hier haben wir das absolute Glück, schon die gute Laune und hier noch einmal eine gewisse Traurigkeit, beziehungsweise die Enttäuschung, ja. Trotz allem überwegen hier diese positiven Energien die Sonne, der Wagen und auch das Astermünzen. Also, was auch immer sich jetzt hier wirklich zeigt, die guten Energien, die Glücksenergien, die, ja, wenn du es so möchtest, die siegen, ne, so kann man das, glaube ich, auch sagen. So, wir gucken jetzt mal weiter mit dem nächsten Deck, der Magier kommt jetzt hier mit dazu. Ich denke, dass die Woche für viele nächste Woche vielleicht auch eine größere Bedeutung werden könnte oder von größerer Bedeutung sein kann, weil wir haben hier schon sehr starke, hohe Arcana-Karten und zudem auch gute, ja. Und die hohen Arcana-Karten überwiegen ja die kleinen Arcana-Karten, also die haben eine höhere Gewichtung, weißt du? Die fünfte Kelche. Das ist auch manchmal noch ein Hinweis auf die Vergangenheit, dass man fokussiert ist, auf das, was nicht funktioniert, auf das, was verloren gegangen ist. Das kann noch einmal sich zeigen für einige von euch. Einige von euch, ihr seid auch genau zwischen dem, was war und zwischen dem, was noch sein wird. Ihr seid genau sozusagen dazwischen. Ihr seid in so einer Art Übergangsphase. Ich muss mal eben wieder die Tür öffnen. Ich entschuldige mich ganz kurz. Aber mein Katerchen ist hier gerade ein bisschen... Ja, komm, wir raus. Ja, ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür. Das ist äußerst selten, dass er sich jetzt hier so zeigt, aber vielleicht ist das Krafttier-Katze. Nächste Woche für dich wichtig. Die Katze steht hier für Unabhängigkeit. Sie steht für Verspieltheit. Also, wie gesagt, ich entschuldige mich noch einmal. Ja, und was ich jetzt hier eben noch... Was ich eben gesagt habe, ja, einige von euch seid in einer Art Übergangsphase. In so einer Art Zwischenwelt. Zwischen dem, was einmal war und zwischen dem, was noch wird. Ja, auch gewisse Traurigkeitsgefühle könnten sich im Laufe der Woche noch einmal zeigen. Ja, dass man traurig ist über das Vergangene. Und ja, das ist zu sehen. Und was ich jetzt hier auch ganz, ganz klar wahrnehme, das nehme ich sehr, sehr stark wahr, ist, dass einige von euch energetisch oder auch ganz allgemein nicht wirklich zu greifen sind, eben weil man zu sehr im Kopf ist. Ja. Also solltest du nächste Woche oder momentan allgemein das Gefühl haben, ich bekomme keine Zeichen, meine Intuition spricht nicht zu mir, dann weil du zu sehr im Kopf bist und dich vielleicht auch zu sehr von außen, von irgendwelchen äußeren Dingen ablenken lässt, dir vielleicht auch zu viele Nachrichten anschaust, allgemein zu viel Fernsehen schaust, mit sehr viel Lärm umgeben bist. Ja. Also wir haben hier erfolgsversprechende Energien. Und für mich sieht die Karte auch irgendwie so aus, als ob man hier wirklich beginnt loszugehen oder etwas Altes nun hinter sich lässt. So, jetzt lasse ich mal eben ganz kurz die Tür offen. Okay, es geht jetzt weiter. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt. So, es geht weiter. Was bringt noch die kommende Woche? Bitte weitere Energien für die kommende Woche. Das ist der 11. bis 17. November nächste Woche. Bitte weitere Botschaften, weitere Energien bitte für die kommende Woche. Da haben wir schon mal die erste. Bitte ganz gern noch zwei weitere. Okay, oh, ah, okay, spannend. Moment, das ist interessant. Noch eine bitte für die kommende Woche, der 11. bis 17. November nächste Woche. So, noch eine Karte bitte. Der 11. bis 17. in der nächsten Woche. Wir haben es. Und wir haben schon wieder die Energie der Sonne, ihr Lieben. Es geht ja auch bei der Sonne um Selbstausdruck und darum, die Wahrheit zu verkörpern. Also, hier geht es wirklich immer mehr darum, also um Authentizität, ihr Lieben. Es geht immer wirklich darum, zu dem oder zu der Person zu werden, der du wirklich bist. Ja, es geht ja also um, ja genau, es geht um Authentizität. Es geht wirklich darum, dass du diese Person wirst, die du in Wahrheit wirklich bist. Aber hier geht es auch darum, etwas zu verkörpern, etwas auszudrücken. Das kann jetzt wirklich für dich bedeuten, dass du in der nächsten Woche irgendetwas tust und dich wirklich, dein Selbst, deine Fähigkeiten vielleicht auch auszudrücken im beruflichen Bereich oder auch als Hobby. Und sei es auch, dass du jemandem gegenüber etwas sagst oder tust. Das ist durchaus auch möglich. Also, hier zeigt sich noch einmal die Sonne. Und die Sonne, ihr Lieben, ich sage es nochmal, ist alles, was wirklich positiv ist. Sie kann durchaus auch manchmal natürlich für das Ego stehen. Ja. Vorsicht, ein bisschen vor zu viel Stolz. Das habe ich hier auch, ne? Okay. Was haben wir hier drunter? Das zehnte Haus. Es geht um die Karriere. Es geht für einige von euch um die Berufung beziehungsweise um die Karriere. Aber generell, das zehnte Haus steht auch für Disziplin, für Struktur und für Anstrengung und ebenfalls harte Arbeit. Es ist dem Saturn beziehungsweise auch dem Steinbock zugehörig, das zehnte Haus. Es geht um Arbeit, es geht um Disziplin. Also, einige von euch, ihr seid nächste Woche durchaus sehr diszipliniert, wenn es darum geht, etwas umzusetzen, sich selber auszudrücken, etwas Neues zu erschaffen zum Beispiel auch. Für einige von euch nehme ich aber auch wieder wahr, weil ich habe ja gesagt, ihr seid in so einer Zwischenwelt. Für einige von euch wiederum geht es darum, auch Selbstdisziplin zu entwickeln. Ja? Um einfach auch mal durchzuhalten. Um etwas einfach auch mal durchzuziehen vielleicht auch. Etwas geduldiger vielleicht auch zu sein. Weil das zehnte Haus steht irgendwo auch für Geduld. Weil die Dinge entwickeln sich nicht ganz so schnell, wie man das ganz gerne hätte. Ja? Ja, für einige von euch geht es auch um die Lebensmission, sich hier wirklich auszudrücken, sein wahres Selbst, seine Authentizität auszudrücken. Aber es geht auch darum, wirklich diszipliniert zu sein und vielleicht auch mal gewisse Strukturen im Leben auch zu entwickeln, die wirklich mehr mit dir jetzt auch resonieren. Ja? Also hier sehen wir ebenfalls auch gewisse Veränderungen, nämlich Verwandlungen, Veränderungen. Das ist hier alles noch in vollem Gange. Okay, was haben wir hier? Jungfrau. Einige von euch, ihr könnt das nächste Woche mit einem Sonnenzeichen, Sonnenzeichen, Jungfrau zu tun haben. Also Sternzeichen. Das ist durchaus möglich. Natürlich vielleicht arbeitstechnisch. Vielleicht möchtest du mit jemandem arbeitstechnisch oder in der Berufung etwas machen, der zufälligerweise Sternzeichen Jungfrau ist. Von mir aus auch Ascendent oder Monde. Jungfrau ist vollkommen egal. Aber die Energie der Sonne, die überwiegt hier. Die hat auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Gewichtung. Aber Jungfrau ist die Energie, da geht es um Integrität, es geht um Ehrfurcht und es geht auch um Dienen. Jungfrauen, da geht es wirklich auch um Großzügigkeit, es geht ums Dienen. Denn das ist eine sehr gutmütige Energie. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass du in der nächsten Woche, wie auch immer sich das jetzt äußert, wie auch immer du das jetzt ausdrückst, dass du nächste Woche durchaus sehr gutmütig bist. Sehr großzügig vielleicht auch. Ja, dass du sehr viel gibst. In deinem Bereich, was auch immer du tust. Das kann etwas Berufliches sein, muss aber nicht unbedingt. Es kann auch innerhalb der Familie sein oder sonst irgendwas. Ja, dass man generell durchaus sehr großzügig ist. Vielleicht auch spendabel. Das kann jetzt auch damit gemeint sein. Jungfrau steht aber auch so ein bisschen für die Ernährung, für das Verarbeiten von etwas, das Verdauen auch von etwas, weil das ist auch Verdauen. Etwas wird verdaut. Und wie ich das auch vorhin schon gesagt habe, viele von euch, ihr seid hier auf einem sehr, sehr guten Weg, um hier einen bestimmten Verlust hier nun wirklich zu verdauen, zu verarbeiten. Das sieht hier auf jeden Fall durchaus sehr, sehr gut aus. Lass mich überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Ich sehe gerade, mein Katerchen ist nicht mehr hier im Zimmerchen. Alles gut. Okay, dann haben wir als nächstes die Energie, die Konjunktion. Das ist eine Zusammenarbeit, nämlich hier war für einige von euch, weil das ist eine Art Einheit. Etwas kommt hier zusammen. Die Konjunktion kann also durchaus auch eine gewisse Verbindung darstellen. Eine Verbindung zum Beispiel zu einer eventuellen Jungfrau. Ich habe hier auch sehr starke Krebsenergie. Jungfrau, Zwillinge und Löweenergie ist auch sehr präsent hier. Also Sonnenzeichen, Jungfrau, Krebs, Löwe, vielleicht auch Zwillinge ist hier durchaus sehr präsent. Möglicherweise auch Wassermann. Also mit so einem Tierkreiszeichen könntest du es eventuell zu tun bekommen nächste Woche oder haben. Man sieht hier also eine durchaus schöne Verbindung. Ja, das sieht jetzt erstmal wirklich auf den ersten Blick so aus. Eine harmonische Verbindung mit Jungfrau oder auch allgemein mit jemandem von der Arbeit. Es kann durchaus sein, dass einige von euch jetzt auch einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Das ist durchaus auch möglich. Warte mal, ich muss mal eben ganz kurz überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Ich sehe ebenfalls auch Herzensverbindungen. Verbindungen erfahren mehr Intimität Verbindungen erfahren mehr Intimität und auch mehr wie sagt man, mehr Gefühl, mehr Tiefe. Ja, mehr Tiefe. Das ist das, was ich wahrnehme. Verbindungen erfahren mehr Tiefe. Auch innerhalb einer Verbindung kann es durchaus sein, dass man hier die eigene Wahrheit ausdrücken darf. Aber auch einfach das, was du wirklich bist. Ja, also einige von euch, ihr drückt euch nächste Woche in irgendeiner Art und Weise wirklich aus, so wie ihr wirklich seid. Und das, da dient ihr. Weil hier Jungfrau, da geht es auch ums Dienen. Das ist eine sehr gutmütige, gut, gut, Entschuldige. Das ist eine sehr großzügige und gutmütige Energie. Okay, jetzt habe ich es. Ja, auch kann es bedeuten, dass einige von euch nächste Woche neue Menschen kennenlernen oder einen bestimmten Menschen. Das ist nicht auszuschließen. Vielleicht über die Arbeit, vielleicht über das Thema Berufung. Kann auch allgemein sein, über ein Hobby zum Beispiel. So. Jetzt nun die Lichtportale Aktivierungskarten von Kyle Gray. Da bin ich mal gespannt, was nächste Woche die Hauptenergie ist. Was ist das Hauptthema? Die Hauptenergie der nächsten Woche. Okay, die hat sich auf jeden Fall schon mal gezeigt. So. Ich habe das Gefühl, da will noch eine. Okay, da mache ich noch eine, weil ich höre auf meine Intuition. Eine Karte bitte noch für die kommende Woche. Was ist noch ein weiterer Haupteinfluss? Eine weitere Hauptüberschrift für die kommende Woche. Okay, eine weitere Hauptüberschrift vom 11. bis 17. November nächste Woche. Okay. Ich habe sie gesehen. Ja, ich muss trotzdem mit der anfangen, weil ich die ja auch schon gesehen habe, ihr Lieben. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und alles sehr, sehr spannend. Okay, wir haben hier die Erinnerungen an Atlantis. Es geht hier um Fortschritt, Technologie und um eine spirituelle Beschleunigung. Rechne auf jeden Fall damit, dass jetzt Dinge etwas schneller geschehen. Wir haben ja hier auch den Wagen. Der Wagen kann durchaus auch eine recht zügige Energie sein. Ja, also hier geschieht etwas sehr, sehr schnell. Möglicherweise tatsächlich für einige von euch im beruflichen Bereich oder wenn es um deinen Weg geht, deine Seelenbestimmung, deine Berufung und so weiter. Da scheint es wirklich jetzt vorwärts zu gehen. Einige von euch, ihr macht ebenfalls auch enorme Fortschritte. Ja, Fortschritte ganz allgemein, zum Beispiel jetzt bei dir. Was auch immer du tust, da kann es durchaus sein, dass du jetzt auch gewisse Fortschritte machst. Durchaus auch schnell. Neue Technologie wird möglicherweise jetzt auch entwickelt, weil ich spüre auch die Energie von Elektrizität und Technik, was jetzt auch fortgeführt wird. Gut, das kann jetzt auch wirklich etwas Weltliches sein, dass jetzt nun, wir sind ja auch momentan im Zeitalter der Technologie so ein bisschen. Wir erleben ja momentan auch sehr, sehr viele technische Fortschritte und das ist auch so die Energie, die ich auch für die kommende Woche wahrnehme. Dass da auch wieder etwas Neues entwickelt wird und das nehme ich gerade wirklich wahr. So, jetzt wird es interessant. Die habe ich schon gesehen. Das ist eine energetische Klärung, aber was ich auch sehe, was ich vor allem auch spüre, als ich diese gerade sofort gesehen habe, es geschieht hier eine karmische Klärung. eine Reinigung von Karma. Es geht also darum, deine Wahrheit zu leben, deine Geschichte neu zu schreiben und vielleicht ist es auch für einige etwas von euch, für euch, einfach mal die eigene Energie, die Aura zu klären über Energiearbeit, über eine gefühlte Engelmeditation oder so weiter oder wie auch immer. Ja, also hier geht es auf jeden Fall darum, für viele von euch, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg, wirklich eure Wahrheit zu leben, weil die Sonne, das ist das, was du bist. Dein Sternzeichen repräsentiert das, was du bist. Ja, wir haben die Sonne hier doppelt. Das ist, das bist du, deine Wahrheit und so weiter und so fort. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen dein Ego, aber das ist jetzt hier kein Thema. Du bist dabei, wirklich deine Wahrheit zu leben. Das kommt immer mehr und mehr zum Vorschein. Ja, und ja, hin und wieder, bis du noch ein bisschen am Zweifeln überlegst, mache ich wirklich das Richtige, tue ich wirklich das Richtige, bin ich da auf einem richtigen Weg, was soll das, ich muss einiges zurücklassen vielleicht auch, ich muss wahrscheinlich diesen oder jenen Menschen vielleicht auch enttäuschen, aber lasse ich hier intuitiv führen, habe ich hier Vertrauen. Okay, deine Seele, die macht hier keine Fehler. Also hier geschieht noch einmal eine Klärung. Du bist oder viele von euch, ihr seid dabei, eure Geschichte wirklich neu zu schreiben. Es kommt hier etwas Neues auf euch zu, ihr geht neue Wege. Es kann bedeuten, dass du einen neuen Job beginnst. Ja, also du musst mal gucken, wie das Ganze dann wirklich für dich passt. Drunter haben wir folgende Energie für die kommende Woche. Ja, Manifestationsstrudel, unbegrenztes Potenzial, das passt sehr gut zum Magier. Du erinnerst dich jetzt und darfst dich an dein unbegrenztes Schöpfungspotenzial erinnern, weil jeder Mensch auf der Erde, jeder von uns ist ein Schöpfer, Schöpferin der eigenen Realität. Du bestimmst über dein Leben, du bestimmst über deine Realität und du bestimmst auch darüber, wie du dich fühlen möchtest, wie du auf gewisse Sachen reagierst oder ob du überhaupt reagierst. Ja, du befindest dich also in einem Manifestationsstrudel. Es kann jetzt also durchaus auch sein, okay, das bekomme ich gerade rein, viele von euch, ihr manifestiert jetzt schneller, schneller als sonst, weil wir haben hier Fortschritt und auch die Beschleunigung und hier haben wir den Meister Magier der Manifestation. Viele von euch, ihr manifestiert jetzt schneller. Also achte auf das, was du aussendest, achte auf das, worauf du deinen Fokus richtest und auch auf das, was du denkst, was du sprichst, okay? Wenn du jetzt also vermehrt die Zahlenkombination 1-1-1 siehst, dann ist es ein Hinweis darauf oder für dich, achte jetzt vermehrt auf deine Gedanken, denn diese manifestieren sich jetzt sehr, sehr schnell, sehr rapide, okay? Also es wird noch einmal geklärt, es wird geklärt, das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Du wirst geklärt, hin und wieder zweifelst du, das ist vollkommen menschlich, das ist vollkommen normal, aber hier geht es jetzt wirklich darum, seinen Weg fortzusetzen und das ist auch das, was ich sehe, weil ich habe dir ja vorhin, oder ich habe ja vorhin auf die Tarotkarten gedeutet, dass hier diese Köpfe schon so ziemlich in eine Richtung zeigen, ja, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, man geht seinen Weg weiter. Das ist für mich so die Richtung, ja, es geht in Richtung Zukunft, während das für mich eher so die Richtung Vergangenheit ist. Ja, so bekomme ich das jetzt hier wirklich rein. Okay, ich hätte ganz gern weitere Energien für die kommende Woche. Einige von euch, ihr könnt auch eine Verbindung zu Atlantis haben oder ihr trefft jemanden in einer verwandten Seele, die ihr von früher aus Atlantis kennt, aus Zeiten von Atlantis kennt, ja. Auch sehe ich einige von euch, auch innerhalb von bestimmten Partnerschaften oder Verbindungen, seid ihr jetzt auch bereit, euch mehr und mehr zu zeigen. Ihr versteckt euch nicht länger. Ja, das nehme ich auch warm. So. Was sagt das Avalon-Urakel? Weitere Botschaften jetzt bitte für die kommende Woche. Weitere Energien für die nächste Woche. der 11. bis 17. November nächste Woche. Bitte weitere Botschaften, weitere Energien noch für die kommende Woche. 11. bis 17. nächste Woche. Was zeigt sich noch? Sie müssen bitte rausfallen, die Karten. 11. bis 17. November. Okay, da haben wir schon mal eine. Ich hätte ganz gern noch eine. Eine weitere Botschaft bitte. Eine weitere Energie für die nächste Woche. der 11. bis 17. November. Okay, die hier ist es. Also was ich hier ganz, ganz klar fühle, es findet wirklich eine Reinigung statt. Das ist ganz extrem nächste Woche für einige von euch. Ja, und deswegen kann es also durchaus noch einmal sein, dass noch einmal gewisse Gefühle der Trauer, der Enttäuschung, der Deprimierung und so weiter nach oben kommen. Lass es hier auf jeden Fall zu, damit es geheilt werden kann und somit auch gehen kann. Okay? So, und drunter haben wir folgende Energie für die kommende Woche. Ach, guck mal, da haben wir das Reh. Das Reh, das ist auch eine sehr, sehr sanfte Energie. Ja, und ich habe ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, achte mal auf die Tiere, die sich die nächste Woche zeigen. Ne, habe ich noch nicht angedeutet. Ich habe es, ja gesagt, weil sich mein Katerchen jetzt hier bemerkbar gemacht hat. Achte mal auf die Tiere, die dir nächste Woche begegnen. Vielleicht begegnet dir nächste Woche das Krafttier, eine Rehe oder eine Hirschkuh, einen Hirsch zum Beispiel auch. Ja, aber hier geht es wirklich um Sanftmut, wo ich also auch wiederum das Gefühl habe, sei sanft zu dir, ja, und auch sanfter zu anderen. Und was ich hier wirklich auch sehe, das ist auch mit der Energie Jungfrau, ja, wenn du es nicht mit einem Menschen, Jungfrau zu tun bekommst, dann sehe ich dich in dieser Energie, dass du sehr großzügig bist, sehr gutmütig und ja, ich sehe auch tierlieb. Einige von euch sind nächste Woche sehr, sehr tierlieb. Ja, oder auch ganz allgemein, aber besonders vielleicht auch nächste Woche. Ich habe da neulich in der Tagesbotschaft, als ich die gemacht hatte, da habe ich einen Kommentar von jemandem von euch gelesen, dass hier, dass einer von euch etwas tut für Kätzchen oder für Tiere, für Katzen, glaube ich. Und das nehme ich jetzt hier in dieser, das nehme ich jetzt auch wieder wahr übrigens. Also dann habe ich dich jetzt wahrscheinlich getroffen. Ich habe jetzt deinen Namen leider nicht gemerkt, aber ich habe dich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schirm. Ja, daran, weil ich mich jetzt noch einmal so ein bisschen erinnert. Okay, was haben wir jetzt hier? Für eine Karte der Adler. Ja, eine sehr, sehr starke Verbindung zu den himmlischen Reichen. Das ist zu sehen. Es geht hier also um den Geist, Integrität auch wieder, das haben wir hier auch mit Jungfrauen. Und da habe ich jetzt wirklich wieder ganz, ganz stark das Gefühl, konzentriere dich wirklich auf das, was du willst und lass dich nicht zu sehr ablenken. Das nämlich hier sehr stark war oder beziehungsweise sehe ich auch, dass sich einige von euch nicht mehr so leicht, nicht mehr so schnell ablenken lassen von irgendwelchen äußeren Einflüssen oder sowas. Ja, weil hier geht es wirklich darum, weiterhin seinen Weg zu gehen, der Bestimmung zu folgen und zudem sehe ich hier auch einige von euch, ihr habt momentan oder vor allem auch nächste Woche eine sehr starke Verbindung zu den himmlischen Reichen. Ja, also man sieht hier hier auch eine Verbindung, das Thema Verbindung auch zur geistigen Welt, zu deiner Seele, zum höheren Selbst. Das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Oder zu einem Geistführer, den du aus Atlantis vielleicht kennst. Das muss niemand sein, der jetzt irgendwie auf der Erde inkarniert ist. Das kann jemand in der geistigen Welt sein zum Beispiel auch. Okay, was haben wir hier? Risiko. Ja, in welche Richtung geht es? Geradeaus? Nach rechts oder nach links? Es geht hier irgendwo auch darum, ein Risiko einzugehen für einige von euch, weil das sieht man hier auch mit dem Narren. Hier geht es auch um den Glaubenssprung und in irgendeiner Art Weise, was auch immer da nächste Woche auf dich zukommt, was auch immer du beginnen möchtest oder zu Beginn anstrebst, einige von euch, ihr könnt euch sagen, ja, wenn ich das tue, dann würde ich schon irgendwo eine Art Risiko eingehen. Ja, aber ich sage dir was, das Asta Münzen, was ich hier zeige, auch noch zu Beginn als Einstiegskarte, verspricht Glück, Fülle und Erfolg. Das heißt, so wie das jetzt hier aussieht, kann im Prinzip nichts schief gehen, wenn du dich führen lässt, wenn du weiterhin dir treu bleibst. Ja, das ist ganz wichtig, bleib dir selber hier treu. Also hier kann es durchaus sein, dass du noch einmal, aber auch angeleitet wirst, auch mal etwas zu riskieren, auch ruhig mal eine Art Risiko einzugehen, auch mal ein bisschen deine Komfortzone zu verlassen. ja, einfach, und sei es, und sei es nur, dass du, ähm, ja, den Weg, den du spazieren gehst, auch einfach mal änderst. Nicht im Uhrzeigersinn, sondern entgegen dem Uhrzeigersinn, zum Beispiel. Ja, einfach auch mal gewisse Dinge ein kleines bisschen verändern. Ja, es muss nicht immer unbedingt was riesengroßes sein, es kann auch etwas ganz kleines sein. Also hier sehr, sehr starke Glücksenergien, sehr erfolgsversprechende Energien. Ja, man sieht gewisse Zweifel, und, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, hier ist wirklich wie eine Kraft, wie eine Energie, die dich wirklich schubst. So, nee, geh jetzt nun, so ein bisschen. Und ich glaube, diese Energie ist hier sehr, sehr stark, auch präsent. Und sei es nur, dass du in eine bestimmte Richtung oder zu etwas Bestimmtes wirklich geführt wirst, wo du einfach das Gefühl hast, ich muss daran teilnehmen, ich muss dieses oder jenes jetzt tun, ansonsten würde ich eine wertvolle Gelegenheit vielleicht verpassen. Ja, also so in der Richtung nehme ich das wahr. Du wirst dann schon wissen, worum es sich dabei handelt, weil es ist ein allgemeines Orakel, okay? Die geistige Welt also, dann höre selbst, wie auch immer du es nennen magst, möchten dir also auch mal sagen, geh auch mal ein Risiko ein. Und geh nicht immer gleich, immer nur auf Nummer sicher. Ja, ich weiß, man muss bei vielen Dingen, muss man auf Nummer sicher gehen. Wie zum Beispiel, wenn man ein Haus kaufen möchte oder ein Auto, ne, sowas, oder wenn man verreisen will, da muss man schon mal ein bisschen auf Sicherheit bedacht sein, ist klar. Aber man darf auch mal etwas riskieren. Ja? Auch mal ein Abenteuer eingehen. Auch mal wieder etwas erleben. Das meine ich damit. Viele von euch, ihr seht euch danach auch mal wieder richtig Spaß zu haben. Das nehme ich wahr. Wir haben hier auch sehr, sehr starke Sonnenenergie, beziehungsweise was ja auch Löwe-Energie ist. Ja? Und bei Löwe, da geht es um Spaß. Da geht es um Spaß, Unterhaltung, flirten, Party machen, also hab auch mal wieder ein bisschen Spaß. No risk, no fun. Ja? Das bekomme ich hier gerade rein für einige von euch. So. Was sind jetzt hier die Abschlussbotschaften? Was sind die Abschlussbotschaften für das Kollektiv in der nächsten Woche? Nummer 1 haben wir schon. So, ich hätte das ganz gerne noch eine für die nächste Woche. Der 11.11. bis 17.11. nächste Woche. Okay, noch eine Karte bitte für die kommende Woche. Der 11.11. bis 17.11. nächste Woche. Welche Energie zeigt sich noch? Da haben wir es. Okay. Okay. So, warte mal, du kommst erstmal hier rüber. Ich beginne mit der unterliegenden Energie. Da haben wir für die kommende Woche Morgenaffirmationen. Beginne jeden Tag mit positiven Affirmationen, um die Tore der Manifestation zu öffnen. Erstens ist es jetzt ein Hinweis darauf. Arbeite, wenn du möchtest, mehr mit Affirmationen, wie zum Beispiel, ich bin erfolgreich, ich bin auf einem sehr guten Weg, mir geht es gut, ich bin schön, etc. pp. Da kannst du gerne mal gucken, was mit der Resonanz geht, was für Affirmationen. Ansonsten habe ich jetzt hier wieder sehr, sehr stark den Hinweis darauf, achte bitte auf die Worte, die du sprichst, denn du manifestierst schneller als sonst. Ja? Ja, es kann auch sein, dass einige von euch nächste Woche sich etwas Bestimmtes nun manifestieren, dass etwas nun wirklich ins Irdische kommt, ja, dass etwas Realität wird. Auch das sehe ich für einige von euch. Das kann durchaus sein und das ist dann quasi für dich wie eine Art Glücksfall, was dann einige von euch wirklich erleben. Also hier durchaus ist es nicht auszuschließen, dass ihr nächste Woche etwas manifestiert und zwar etwas sehr, sehr Gutes. Ja? Etwas, was ihr schon immer gewollt habt, möglicherweise aber vergessen habt. So spüre ich das Ganze. Ja? Okay, interessant. Also morgen Affirmationen. Dann haben wir hole dir Rat. Du brauchst mehr Informationen. Wende dich an einen Experten. Okay, das kann jetzt ein Hinweis darauf sein, dass du dich jetzt hier an jemanden wendest, der sich in deiner Situation auskennt. Zum Beispiel hole dir Rat in Bezug auf etwas, was auch immer, was jetzt immer hier wirklich auch dein Thema ist. Zum Beispiel, wendest du dich an einen Berater, an einen Coach, an einen Mentor, Therapeut von mir aus auch oder du wendest dich an eine Art Behörde. Das ist durchaus auch möglich. Wird es vielleicht auch um Unterstützung, um finanzielle Unterstützung? Das kann es bedeuten, um Rat fragen, was würdest du tun an meiner Stelle, weil ich sehe hier ebenfalls auch noch einmal gewisse Zweifel und Sorgen und so weiter. Deswegen kann es also durchaus sein, wenn du also gewisse Zweifel hast, dann wende dich also an jemanden, der genau, der sich da wirklich auskennt in diesem Bereich, wo du gerade bist oder was du erreichen willst oder beziehungsweise es ist auch immer ganz, ganz wichtig, hole dir Rat von Menschen, die dort sind, wo du einmal sein möchtest beziehungsweise vergiss bitte auch nicht, dass auch du selbst immer noch dein allerbester Ratgeber bist. Okay, sofern du auf deine Intuition hast, weil du weißt immer noch am allerbesten, was du brauchst, weil niemand anderes steckt quasi in dir drin. Das weißt du am allerbesten. Du kennst am allerbesten deine Bedürfnisse, was du brauchst und so. Na? Okay, was haben wir hier? Auf die Plätze, fertig, los. Dies ist der perfekte Augenblick, um dich vollkommen deinen Herzenswünschen zu widmen. Diesbezüglich kann es bedeuten, dass du dir Rat holst. Vielleicht bist du verwirrt. Vielleicht ist es auch so, dass du mehrere Optionen hast. Oh, mache ich lieber das zuerst oder gehe ich dann doch lieber diese Richtung oder doch erst diese Aufgabe. Dann habe ich das Gefühl, höre auf deine Intuition beziehungsweise hol dir Rat von jemandem, der sich da auskennt. Okay? Also hier sieht man ganz eindeutig, du beginnst etwas. Du legst hier wirklich mit etwas los. Du kommst mehr in die Gänge. Das ist auch zu sehen mit dem Wagen. Und du gehst auch nun oder viele von euch, ihr geht wirklich in eine Richtung, die euch einfach glücklich macht. Das ist zu sehen. Ja? Viele von euch, ihr folgt nun eurem Glück und das finde ich sehr, sehr schön. Okay. Lass mich bitte zum Schluss noch einmal ganz kurz überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Nö. Ihr folgt eurem Herzen, weil wir haben ja hier spannenderweise auch auf der Sonne hier ein Herz abgebildet. Ja? Also hier sehe ich viele von euch, ihr folgt eurem Herzen. Auch kann es durchaus sein, ich wiederhole mich noch einmal ganz kurz, dass ihr hin und wieder auch zweifelt. Das ist normal. Ja? Aber du weißt, was nun das Richtige ist. Ja? Und darauf kommt es an. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz nur fürs Zusehen. Und wenn dir das Video geholfen und ebenfalls gefallen hat, würde mich sehr über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Dankeschön fürs Zusehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.